Der Blogcast von Alex und Shanto Herzlich Willkommen In unseren Insights veröffentlichen wir regelmäßig Wissenswertes aus unserer Knowledge Base auf alexundshanto.com Hier erfährst du alles, was du schon immer aus den Bereichen Film, Animation und interaktive Softwarelösungen wissen wolltest und wissen solltest. Heute Wie kann ich einen Digital Health Vlog produzieren? Der Videoblog ist erwachsen geworden, bleibt dabei aber unaufgeregt, verbindlich und persönlich. Der Digital Health Vlog ist deshalb aus unserer Sicht einer der zentralen Begriffe für jedes moderne E-Health-Marketing-Konzept, weil es besonders in der Gesundheit auf Vertrauen ankommt. Doch das muss man sich erarbeiten. Warum einen Digital Health Vlog? Vlogs waren von Beginn an persönlich. Sie wurden von Menschen veröffentlicht, die ihrer Umgebung etwas mitzuteilen hatten. Inzwischen sind Vlogs durch berufliche Early Adopter Teil der Unternehmenskommunikation geworden. Persönlich ist der Vlog im Kern aber immer noch. Weil Konsumenten nämlich sehr gerne Videos sehen und die Gesichter und Werte hinter den Marken kennenlernen möchten. Wir wissen, glaubwürdige Vlogs eignen sich sehr gut für die Darstellung der Unternehmenspersönlichkeit. Die Verbindung von Authentizität und Knowledge im Vlog verleiht dem jeweiligen Projekt ein eigenes Gesicht und mit der Zeit auch Einfluss auf weiterreichende Entscheidungen. Vorteile für einen eigenen Digital Health Vlog Es gibt unterschiedliche Marketingziele für einen Digital Health Vlog. Was für ein Digital Health Projekt geeignet ist, stellt sich häufig erst in der gemeinsamen kreativen Vlog-Entwicklung heraus. Hier sind einige offensichtliche Vorteile aller Digital Health Vlogs. Produktionsdemonstration Interaktion und Vernetzung mit den Mitgliedern deiner Branche Vermittlung der Unternehmenswerte Erhöhte Sichtbarkeit durch SEO Transparenz und Glaubwürdigkeit Employer Branding und Recruiting Themen und Agenda Setting für einen Digital Health Vlog Die Themen für einen Digital Health Vlog richten sich nach dem Projekt. Wählst du einen Testimonial Vlog oder einen Wissens Vlog, werden die Themen und das Agenda Setting anders aussehen als etwa für einen Mitarbeiter Vlog. Wichtig bleibt, du wählst die Form und die Struktur. Du setzt bei deinem Vlog die Themen, lädst die Gäste ein, bestimmst den Schnitt, den Ton und auch den Vorspann und Abspann. Durch diese Entscheidungen modellierst du auch die öffentliche Wahrnehmung über dein Produkt. Welches technische Equipment benötigst du? Technisch gesehen reicht es, einfache Mittel zu nutzen. In einem kompetitiven wie seriösen Umfeld ist es allerdings wichtig, den Content ästhetisch und einzigartig zu gestalten. Vor allem der Ton und das Bild müssen nicht nur Standards in der Unternehmenskommunikation erfüllen, sondern der Digital Health Vlog sollte euch von der Konkurrenz abheben. Unsere Möglichkeiten für dich Wir bieten dir eine Full-Service-Betreuung von der Vlog-Konzeption über die Produktion bis zur Vermarktung an. Dafür produzieren wir für dich hochwertige Digital Health Vlogs oder schulen dich so weit, dass du Teile oder alles einfach selber machen kannst. Wir unterstützen dich etwa bei der Themenfindung, inhaltlicher Konzeption und Aufbau. Die Konzeption für den Digital Health Vlog erfolgt in der Regel in-house. Wir bieten dir an, dich bei der Erstellung eines langfristigen Redaktionsplans sowie bei der Gestaltung der passenden Beiträge zu beraten und sie mit dir zu produzieren. Welches Equipment ist nötig? Wir zeigen dir, was es auf dem Markt an Equipment gibt. Das beginnt bei den Filmkameras, Mikrofon, Lichtaufnahmegeräten, Schnittprogramme und überlegen mit dir, was für deine Zwecke wirklich Sinn ergibt. On-Air-Design, Sound-Design und Vlog-Verpackung Zu einem eHealth Vlog gehören Vorspann, Abspann, Bauchbinden etc., um bereits zu Beginn einen überzeugenden, wiedererkennbaren und professionellen Look und Sound zu entwickeln, der auch zu deinem Corporate Design passt. Workshop Training online oder vor Ort Ein Workshop beinhaltet Module, die nach deinen individuellen Needs gestaltet werden und dich mittel- bis langfristig befähigen, Digital Health Vlogs selbst zu produzieren. Produktion deines eHealth Vlogs Wir helfen dir bei der Produktion deines Vlogs. Dafür organisieren wir die Kamera- und Tonteam, stellen dir die passenden Vlog-Content-Creators aus unserem Netzwerk vor, suchen die ausgezeichnete Drehlocation und erstellen einen Dreh- und Produktionsplan. Für den reibungslosen Ablauf finden wir einen Aufnahmeleiter und sorgen auch nach Drehschluss für den Transport der Daten ins Studio. Dort wird das Material sauber geschnitten und vertont, bis du einen sendefähigen eHealth-Vlog in der Hand hältst, der eine ansprechende Sendeverpackung besitzt. Digital Health Vlog Marketing Eine Digital Health Vlog-Serie wird als erstes auf deine Website sowie auf deinen Social Media Kanälen, etwa LinkedIn, eingebettet. Auch Videoplattformen und Streaming-Plattformen kommen in Frage, wenn du live oder just chatflocken möchtest. Ebenso erwähnenswert sind Messen oder POEs. In jedem Fall achten wir auf eine hochindividuelle Online-Marketing-Strategie, die an deine Bedürfnisse angepasst wird. Wer ist deine Zielgruppe? Unserer Erfahrung nach sind das zum einen Erstens Mediziner Zweitens Forscher und Entwickler Drittens Patienten und Angehörige Viertens Startups, Unternehmer oder Investoren Und fünftens Krankenkassen und Verbände Resümee Heute werden Startups zu verbindlichen Publishern und übernehmen dabei die Aufgabe der klassischen Medien, indem sie Themen selbst setzen und bearbeiten. Sie bekommen dadurch eine weitreichende Stimme, die sie smart einsetzen können. Mit einem Digital Health Vlog erreichst du heute deine Kunden von morgen. Du bist mit dem Digital E-Health Marketing selbstbestimmt, interaktiv und bindest mögliche Zielgruppen durch gezielte Informationen, einzigartiges Wissen und vor allem Persönlichkeit früh an dich. Insofern ist dein Vlog gut skalierbar und letzten Endes auch evaluierbar. Du hast technische oder auch redaktionelle Fragen? Du möchtest gern einen professionellen Digital E-Health Vlog produzieren oder sogar eine ganze Staffel, weißt aber noch nicht, wie oder mit wem? Wir möchten dich gerne bei dem Anliegen unterstützen. Ruf uns gerne an oder schreib uns unter info at alexandshantu.com Wir freuen uns auf dich! Unsere Expertise für deinen digitalen Erfolg